dass er da unten in diesem Kästl entlang geht weiß ich nicht wie sinnvoll das ist und wie viel Arbeit es wird diesen Weg einigermaßen schön in die Umgebung anzupassen diese Rampe dann unten ist dann der Eindruck beim Urgehen am heftigsten da kann man dann wirklich genau im Mittelpunkt dieses gigantischen Erntetrieb das steht die größte Wirkung haben und am krassesten ausschauen aber es ist am unpraktischsten genau oben auf der Standard Ebene drüber wäre natürlich etwas anreichend weil du dann nicht in diesem Pflichter bist dann besprechen wir zur Seite halt zwar die Felder ließ aber nicht wirklich drin bist dann würde ich mal überlegen wie ich das genau so das ist jetzt aller Stört den man so sehen konnte das ist jetzt mal abgegraben gut dann holen wir uns jetzt hier mal erst mal das Schaufeln bringen das ganze andere Zeug in die Kisten und kloppen Steine äh guck mal kommt man noch über die Leiter hoch von hier interessant weil hier wenn du stehst hier ist einfach echt das ist echt imposant was jetzt auch geht hier so ist es auch noch relativ cool ich muss echt hier unten was machen was ich meine raus ich habe in die Kisten und wo ist ich verwandelt ich habe das ich nehme das ich habe hier wir ich habe ich meine Ich habe eventuell baue ich da auch noch eine bahnstrecke durch mit der mutter nach vorne irgendwie kommt dazu etwas schnelleren fortbewegung bei dir natürlich in der hölle etwas sinnvoller werden weil man da einfach schneller unterwegs ist das sind alles so zukunftssachen die kommen erst viel später weil in die hölle gehe ich jetzt noch nicht rein das kommt erst mit der vollversion dafür so werde ich mich dann erst mal in die hölle begeben es ist ein sehr praxisnahen grund weil vorher spawnen noch keine strukturen in der hölle und auf die werden wir noch angewiesen seien leider nein oh gott oh gott haben wir den knochen einen gott die kann man mit knochen zähmen rennt nicht weg nicht wegrennen nein das hat nicht gereicht ich werde knochen brauchen das ding ist halt jetzt die werden wir nicht hoch folgen leider außer ich kann sie mit fleisch anlocken davon ist jetzt aber erst eine schwein tüten dann muss ich schauen ob ich oben knochen habe ich darf auch kein für den hund schlagen habe ich nämlich gleich eine mögt ihr fleisch doch unsichtlich nicht ja gut ich glaube die hunde die jetzt hier unten sind werden die spawnen aber wie cool ist das denn so wann gibt es denn bitte hunde und wenn ich jetzt erstmal schauen ob wir hier irgendwo knochen haben ja hier gehe ich jetzt nicht davon aus dann ja wäre es natürlich ähm richtig cool wenn ich jetzt erstmal schauen ob wir hier irgendwo wenn wir uns irgendwie hunde sichern könnten das wäre mega mäßig genial so lange das nicht komplett ausartet ähm ich finde diesen leiterturm ja auch sehr faszinierend da sind keine einzigen tiere auch interessant da haben wir wieder ein bisschen zuckerrohr ernten da oben liegt noch was da genau es ist natürlich um alles wieder in den wolken ist natürlich sehr unschön davon abgesehen werden die hunde unten weg sein ähm na und wir haben hier um keine knochen ist eigentlich das was ich nachschauen wollte sondern nur leder und pfeile aber keine knochen und skeletten schordi habe ich das wetter ah es steht da natürlich unten das war aber die hunde werden jetzt eh weg sein für das feld bringen sie mir jetzt auch nicht wirklich viel ich weiß jetzt auch nicht wie weit und wie gut das mit der rüstung jetzt schon ausgereift ist ja klar die hunde da oben sind jetzt natürlich recht ja wir werden schon noch mal welche finden dann wäre es wahrscheinlich denke ich schon sinnvoll zu haben wenn wir welche finden wollen denn sonst ist das relativ witzlos aber jetzt hätten wir zumindest mal klargestellt dass es mittlerweile hunde gibt doch auch meine sache oder es ist doch etwas langweiligeren beschäftigung nämlich das übliche steine klopfen hier unten und das vernichten der spitzhacke ich bin mal noch mal kurz weg und dann machen wir weiter ich glaube fast ich habe von dem letzten glatt bekommen und vergessen musik wieder anzumachen es tut mir sehr leid jetzt läuft sie wieder gut ist das wieder post für mich gekommen und das war das was sehr wichtig ist wo ich heute schon eine e mail losgeschickt habe ich dass das allmählich bräuchte wenn alles putzen gehen soll und am selben tag kommt das noch rein das ist natürlich etwas fail jetzt die situation und ich kann die e mail halt natürlich jetzt ist die das gesendet ich weiß nicht mal viel kohlen so wurde gestern oder vorgestern oder so wurde der brief versand Äh, wenn ich heute kam, der gefangen habe ich. Äh, ich bräuchte ihn, das ist natürlich langsam. Ja, es ist doof. Äh, jetzt, ähm... Eher weniger feierbar. Aber gut. Zeigt zumindest, dass ich, äh... dass mir die Sache doch etwas, äh, wichtig ist, wenn ich nachfrage. Also hoffe ich. Ich komme da jetzt vielleicht ein bisschen unüberblickend drüber, aber... Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und das denke ich, also hoffe ich jetzt einmal, dass sie das endlich sehen. Dass er... Positiv aufpassen, weil ich weiß ja, dass... Wir werden manchmal etwas länger brauchen, besser. Deswegen habe ich auch zwei Wochen lang nichts gesagt. Aber dann wird's halt wirklich auch drin. Ja, eng. Bis auf Termine und Fristen erfüllen. Und heute hat er eine Woche vorher mal nachführen. Machen wir erstmal hier wieder weiter. Hier oben stehen noch Bäumchen. Hier ist so mehr Kohle im Berg. Das ist ja kein wirklicher Berg. Es ist ein Loch. Ein komplett künstlich erschaffenes Loch. Aber dann ist das hier. Das ist ja auch... Und... Da ist auch Kohle drinnen. Das ist doch, äh, schon mal... ganz troll. Finde ich. Und... Da ist auch Kohle drinnen. Das ist doch, äh, schon mal... Ganz troll, finde ich. Gut. 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 Wenn ich t padre für eine Teilung nehmle an den misuacken muss aus.. Marken kann ja voll. 어�iarwärten nehme jetzt den Geld interrupted? Spitz, die wir gemacht haben. Schon auch fast ein bisschen an einer kleinen Strebenverschwendung hier. Ich glaube, ich muss dann auch gleich noch etwas erklären. So näher sehen. Ja, ich glaube, der Metap jetzt reicht. Ich hoffe, dass das nicht reicht. Ja, ich glaube, dass das nicht reicht.